Oh, die Regierung. Okay, weiter. Er war ein bisschen tot. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. War nie so geil. Oh, 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 nö. Mich ganz schön gefickt, das Ding. Was, mit ihm? Alter, übel. Das war ein Fall. Das war ein Effekt. Live, ja. Ich bin noch ganz schön... ganz schön fähig war dicht worden hier. Lauf mal das Stückchen zurück und hol mir Leben. Wir müssen sowieso runter, irgendwie, oder? Ja, da muss man wahrscheinlich immer rumrennen. Hm. Gut. Ich kenne mal, ob es hier irgendwas gibt. An Heilung oder so, aber offensichtlich nicht. Oh. Eine Waffenkiste hier drin. Und mit unglaublichen zwei weißen Waffen drin. Oh. Schleisch. Eine Shotgun und ein Pistol. Vielen Dank dafür nochmal. Und auf Wiedersehen. Dafür, dass hier ganz schön der Punk abging. Ja. War das ja ganz schön wenig. Hat es mir hier bieten. Okay, müssen wir wahrscheinlich runter. Ich habe mir jetzt keine Lebensenergie geholt. Ich habe 52, denke ich, reicht. Ja. Danke, wo? Sind die noch welche? Ja. Ich habe hier irgendwas quatschen hören. Ich wollte jetzt eh eine Respawn-Station, aber. Müssen wir aber schon runter. Ich wollte nicht das Geld verlieren. Richtig. Hä? Ja, hier kommt hoch. Hoch. Ja. Ja. Okay. What, Alter? Ich bin unsichtbar. Phantom inmitten der Schlacht. Bald schlage ich zu. Ich wollte das Leben. Wo? So. Direkt hier vorne. Hm. Ich sage mir jetzt der Henker in der Hand. Hm. Warte ich da ja nicht. Das geht natürlich nicht. Achso, weil ich eine vierte Waffe habe. Achso, alles klar. Ich komme mal. Ich komme mal nach Köln. Hm. Ich komme mit dem Schutz vorbeikommen. Kappel flicken. Ja. Kappel vierten Waffenslot, deswegen. Ja. Das habe ich natürlich völlig vergessen. So, sie mag mir die noch mehr. So, noch ein Stück weiter runter, wie ich sehe. Ja. Kommt zu mir. Oh, geil. Nehmen wir die Kids. Nehmen wir die Kids. Nehmen wir die. Nehmen wir gar nicht. Sieht an sich ganz gut aus. Oh, das steht schon eh nach, glaube ich, oder? Ne. Ach, da muss ich mir doch noch einen guten Henker hinpacken. Den Dreck hier jetzt habe. Ach, guck mal hier. Ist das nicht schön? Ich hoffe, du bist geimpft. Ich bin geimpft, ja. Dann mal hier. Hyperion-Larie-Spinnigkeit habe ich. Wir gehen noch als Artefakt. Bessere Ware findest du nirgendwo. Brauchst du sowas? So nix, nö. Ich habe kein Artefakt mit SG-Munition. 10,5 Prozent maximaler SG-Munition. Möchtest du das haben? Ne. Dann verkaufe ich das. Das Schild auch und diese Dreckswaffe auch. So. Seit Ende. Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Danke für die Kohle. Ich bin sicher, dass wir das schon bald wiederholen werden. Ja. Und hier ist bestimmt noch ein Mund drin, da war jeder Menge. Mit Granaten. Und geil. Danke. Genau, den Fall ich brauche. So, wir müssen mal überhaupt hin. Wir müssen überhaupt hin. den Weg da, Weta. Welchen Weg? Und Skimmel kommen. Yeah. Oh. Da ist so ein Vieh drin. Nicht mehr. Medi-Kids. Medi-Kids. Ja, durch die Tür, oder? Ja. Was ist noch ein Hausruppe-Zeichen? Oh. Krabbelviecher. Okay, dafür weg ist meine Mäuze. Ich bin eigentlich verstanden. Und die ganz cool mit dem Loch da oben. Also mit der Höhle. Ja. Weil er macht. Maximalen Schaden. 5,5 Prozent. Geil. So. Hey. Hey. Heilung. Heilung. Mrs. Hatschek. Heute hat ein Bergarbeiter ein Kristallgebilde bei den Alienruinen gefunden. Und auf einmal hat es sich, äh, bewegt. Die Kreatur scheint absolut friedlich zu sein. Ich glaube, sie hat noch nie zuvor einen Menschen gesehen. Blue. Nicht gut. Blue. Hier. Spiel mit meinem Hut. Hol ihn Blue. Ja, Blue. Wir nennen ihn Blue wegen der Farbe seines, äh, 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 ja, wir haben noch ein paar von diesen Kreaturen in der Nähe der Ruinen gesehen. Ich schlage vor, dass wir daher die Grabungsstelle verlegen. Sicherheitsoffizier Booth, Ende. Miss Booth, Ihre Sorge um diese Kreaturen wurde zwar zur Kenntnis genommen, aber die Grabungsstelle bleibt, wo sie ist. Die Dahl Corporation hat Sanctuary, ihr größtes Bergbauschiff, auf diesen gottverlassenen Planeten entsandt, um Kristalle abzubauen. Sie haben welche gefunden. Bitte treiben Sie die Kreaturen zusammen, damit mein Team ihre Mineralien extrahieren kann. Schössig. Da ist nicht den Schiff hier rum, ja. Aber halt können wir nicht einsammeln, offensichtlich. Uuh, Gott. Man hat einfach nicht Wasserfällt. Ich kann bloß nach einer Rakete. Auch ganz schön um Arsch. Nein, nein. Oh Gott. Zeige aber leider nichts mehr. Das frisst der immer ordentlich. Wow, what? Nö. Crazy, crazy, crazy. So, müssen wir jetzt lang darüber oder was? Das schaff ich doch nie. Geronimo! Da ist schafft. Oh, oh. Ich verschwinde. Alter, Vater, ey. Okay. Keine Panik. Schau mal. Alter, ey. Einen Schuss und Ding. Ich bin Schilder sofort down. Oh, das ist leider auch nicht so. So, leider und. Ey. Halt still. Das Trinat. Das sind 100 Erfahrungspunkte immer wieder. Oh, der hat mich schon wieder angezeckt hier. Und schau mal deine Schütze. Ah, nee, da drüben. Ja, vielleicht kann ich den beim Oh Gott. What, Alter? Selbst bei einem Scharfschütze wäre einfach mal nichts bei ihm. Was ist das eigentlich für ein Vieh, was hier so rumglitt? Na, das ist da drüben. Ist aber gleich tot. Ja, hab ich. Ist da und hat auch Iridium fallen lassen. Ist aber ehrlich. Da ist noch ein Außenverzeichner aber hier auch noch. Was ich mir mehr Sorgen mache, ist, dass ich vielleicht bald keine Moon mehr habe. es zieht mich an, es zieht mich an. Ich möchte es anfassen. Nein! Ach du, helliger Mann. Oh, okay. Ist jetzt nicht so stark. work. Ähm. Ähm. stopp geil next level sehr schön und der ist genau in der Seuche hier drin ich glaub's ja nicht ich sag erstmal halt ein mein Schild ist fast down ok schön ja gehen wir erstmal hier nach rechts rum mhm so was hatte ich denn hier der Kino gehabt verursacht erhöhten Schaden bei Angriff von hinten oder wenn der Feind eines anderes Ziels als dich anvisiert aha nicht schlecht ne weg ach du Eiliger auch noch Eiliger ouch da wie einfach mal nix abgezogen wird ja mhm ist ja Stufe 16 der 19 ja der Vieh schießt ebenso wie mal auch wenn ich vom Elektronen komm her ah ja ach der schießt Bomben die kleine Sacksaudi die kann's ja wohl nicht mehr haben ist ja auch nicht der dick für die Reichweite 94 94 94 ich muss die kriegt ich hab's ja auch ne liegt mir hier schickert rum ne Waffe und ist ja die Schütze das hatte hm danke oh halt Dank na ne aber hat keinen Schaden gemacht bei mir müssen wir heute lang ach je lang Geronimo Geil so hier hier ist Heilung hier ist nochmal Heilung ja nochmal Heilung und nochmal Heilung hab hier viermal Heilung für dich ja und nochmal Heilung für dich und nochmal Heilung für dich ich denke mal so viel brauchst du nicht sechsmal Heilung oder könnt ihr ihn holen könnt ihr ihn holen wo bist du denn da oh oh ich bin geslackt ich bin geslackt ouch oh oh wenn man den Schützern hängt. Naja. Aber die ist nicht in unserem Missionsflot. Vielleicht haben wir die noch nicht entdeckt. Oh, meine Munde ist alles scheiße. Zeig echt ein Problem. Hör, ne Pumpgun, Alter. Was zieht ihr mit dem Scheiß? Besser als Jaki, ne? Okay. Da nischt. Ja, 24. Immerhin. 36. Yeah. Okay, haben wir den Sniper ein bisschen ballern? Ja, vielleicht ist das eine Mission, die wir noch nicht entdeckt haben, wisst ihr? Hade ich ja. Da haben wir ja ein paar. Hier kommt nochmal so ein Vieh raus, Clay. Hinter dir. Wir hätten das sehr große wahrscheinlich. Leute, Alter. Ich fäng hier fest. Ich guck. Gut, ich habe eine Bier. Dann mache ich den mal können, ja. Scheiße. Er will ab. Ich habe keine Munnen mehr. In dieser Welt hier habe ich Schwächen entdeckt. Dort greife ich an. So, gleich musste ich die Reise alleine machen. Ich habe nämlich keine Munition mehr. Dann kam mir gerade und schreibe noch 22 Munnen. Nicht schlecht. Das waren 22 Viecher. So, das war's. Wie höchst abbaulich. Wieder schnappt die Falle zu. Dein Tod steht mir vor. Da kommt man auf die Pump an hier. Gehen wir hin. Aua. Okay. Das sind fünf Vieh. Guck mal ein Stück hier rüber. Hinten und hinter die Ecke hier noch. Aber so viel macht der ohne. Alter, der wird gekillt. Alter, der kommt immer näher, das scheiß Vieh. Ja, du bist weg hier. Ähm. Dann die Schütze ist wir entstellen sollen. Ja, das war dann eine Opladung. Oh, what? Ey, was ist denn das hier? Okay, bin weg. Warte mal. Bei den Viechern, wenn ich hier jeden Mal, wenn ich mich triffe, bin ich gleich tot. Äh, gibst du schon wieder? Ja. Dich, da hier. Warte, Alter. Go. Aber Ikea, der Ding ist gleich down, ja. Munition ist alle. Munition ist alle. Ach, die Schale. Jetzt aber. Alter, das ist Wob-Charn, ja. Bin gleich tot. Bin gleich tot. Okay, bin tot. Crazy, Alter. Was ein Vieh. Was ein Vieh. Ich bin gleich wieder da. Gibt es wenigstens eine Munde für mich? Volle Munition. Alter, geil. Bist du tot gewesen? Mhm. Wir müssen hier lang. So, komm her, du Scheißvieh. Boah, da. Gleich runter, das Ding. Okay. Raketenwerfer. Action. Nein, da ist natürlich keine Munition. Natürlich, ganz geil. Mhm. What? Ziemlich verarschend. Nicht mal 1000 EP, oder was? Was ist da in der damit? Nein, nur eine Shut-Gun. Sonst träg ich schon mal die Saat. Behaltet auch hier nichts für mich. So eine Heilung? Ja, Heilung. Für mich. Nicht geil. Gut. Sehr schön. Weiter. Hier ist noch so ein Vieh. Achso, bringen die Fotos Markus oder Maxi? Dann bringen wir auf jeden Fall Maxi. Hier haben wir eine Assassinen-Mod. Sniper-Rifullschuss, Schaden 19+, kritischer Schaden 19+, und Schildkapazität minus 115. Ja, danke. Ähm, 187 kann sie behalten. So, abhängig von dem Geld, bitte. Oh, nee. Das ist schwer, so ein flatter Vieh. Ja. Oh, dort. Oh, liegt noch Heilung rum? Brauchst du noch? Nee, du bist voll. Und Eko auch offensichtlich jetzt. Einfach. Schön. Dann haben wir hier noch ein paar Mark drinne. Nee, keine Ahnung. Die können das auch brauchen. Stimmt, Granaten. Hätten wir auch mal einsetzen können. So, dann haben wir hier noch. Okay. Hier noch. Oh, Alter, hab ich mich gerade erschraubt. Alter, Vater. Ich bin gerade richtig zusammengezuckt. Äh, nee. Ekelhaft, wenn viel da rausgekommen ist. Jop. Okay, Munition sieht erstmal immer noch scheiße aus, eigentlich. Hier sind's mir, die Kids. Gut, ähm, ja, welche Missionen hatten wir denn jetzt eigentlich hier? Sind wir eigentlich auf dem richtigen Pfad? Ich wissen ja nicht, um was das hier nicht geht. Wir müssen doch welche Viecher noch killen. Milde Kreaturen. Die sind schon rechte Bastarde, was? Äh, wissenschaftlicher Ausdruck. Wenn du herausfindest, was sie so in Rage gebracht hat, bin ich bereit, dich in barer Münze zu entlohnen. Bildlich gesprochen. Spider-Rants. Ich will dir natürlich viel mehr als nur eine barer Münze bezahlen. Mir gefällt einfach die Redewendung. Ab zu den Caustic Caverns mit dir. Da. Da. Da, wo haben wir denn Aki, von diesen Spider-Dinger, ne? Nö. Da, wo haben wir denn Aki, von diesen Spider-Dinger. Schaut mal, Kinder. Ich glaube, Sie verstehen nicht. Diese Kreaturen kann man nicht, ähm, abbauen. Äh, das sind Lebewesen. Ohne Kristalle sterben sie. Sanctuary findet mit Leichtigkeit eine andere Grabungsstelle. Mein Team und ich werden diese Kreaturen nicht für sie jagen. Punkt. Sicherheitsoffizier, Buß, Ende. Mann, Alter, was spuckt mich denn hier an? Ja, was ist ekelhaft. Ihr Sicherheitsteam soll meinen Grabungstrupp unterstützen. Ach, darum ist das scheiß viel. Ob sie, wenn meine Vorgehen nicht einverstanden sind, spielt keinerlei Rolle. Halten Sie die Klappe, schnappen Sie sich eine Waffe und bringen Sie mir Kristalle wie ein braves, kleines Mädchen. Hm, mach ich bestimmt später irgendwann. Das ist ein Klassenmord dran. Hier, Feuerrate plus 18, Nahkampfschaden 21. Dankeschön, auf Wiedersehen. Sind wir jetzt ja nicht irgendwie, ja, wir sind glaube ich richtig, oder? Mhm. Oh, das sind nicht komische Spider-Dinger, was der meint. Zeig mir auch, äh, werden vielleicht später noch kommen. So, kann natürlich sein. Okay, hier spawnen wir denn und die bis hier noch schickt. Sehr schön. Oh, Gold. Och, deiner sie mag. Das ist doch nicht schön. What, Alter? Der hat nämlich so rangezogen. Ach, da hinten ist auch einer hinter mir. Fass ich aber nicht. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Lick mir doch die Aya auf. Tschüss, Junge. Diese Scheißviehe hier runter hier oben. Gibt's ja nicht. Hui, das war ja schon, ja, recht aquickend. Vollkommen bei neuem. Weil ich hab noch, ich hab vier Raketen. Gibt's ja eine Munition sparen. Setzt mal das Ding da hinten hin. Genau, schön vor der Füße gelegt. Drei dürften ja reichen, ja. Wir müssen die Rhythium fallen lassen. War auch schon mal sehr nett von ihm. Ja, komm, gib mir die Cola. Oh, geil. So, warte mal Cup. Oh oh. Jetzt, sofern niemand aus dem Team der verstorbenen Miss Moose Einwander hat, bringt mir die gottverdammten Kristalle. Alter, was ist hier los, Junge? Warte doch mal hin. Ja. Schön. Die sind scheiß wiederum. Ja, Granate. Boah, ist nochmal das wer? Na, in der Akete halt mal gehabt. Ja. Ich hab auch keine Granaten mehr. Ich war hier auf denen eine Granate. Ich war hier auf denen eine Granate. Ja. 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 Die Drohnen sind eigentlich irgendwie für den Arsch. Wie ich sehe. Hast du deine Schütze noch? Den ja, ja. Dann fängt er schnell. Aufgeladen. Ich hab mal auf mein, ich hab mal meinen Dings drauf gemacht. Ach. Alter, unfassbar. Ich verlasse doch nix fallen außer Geld. Hm. Keine Heilung. Ey, was? Okay, meine Mann ist alle. Komm, nix mehr. Keine Raketen mehr. Mein Scharfschutz Munition ist für den Walsch. wie soll es denn den scheiß explosionen ausweichen jetzt gleich dauern 33 machen wir uns mal erfahrung ich schon lächerlich ew drauf ja ja jetzt kommt dann mal verbeter wir müssen jetzt aber noch so ein ursprungshinweis finden ja da kommt ja hier scheiß auf die typen der munitionsküste vielleicht wird das mal schild runter geil macht das scheiß ding und ich habe ihn noch sehr schön dann macht man das weil erst mal meine waffen nachladen ja